Schau mal rein ins Kuvert. Wer denn da in den Genuss kommt, gewonnen hat? Der Pechvogel der Saison ist Christoph Leitgeb. Christoph Leitgeb vom FC Red Bull Salzburg. Er ist noch nicht auf der Bühne, das heißt, er ist heute im Moment zumindest noch nicht hier bei uns. Er hat gesagt, er wird später dann nachkommen, das heißt, wir werden ihm das nachreichen können, denn er gewinnt einen Weiterbildungsgutschein von der Deutschen Sportakademie im Wert von 2500 Euro. Und ich darf Sie jetzt bitten, lieber Herr Weber, wenn Sie zu unserer Pressewand gehen, da stellvertretend ein Foto machen und danke schön, dass Sie dabei waren. Danke. Vielen Dank.